ein wunderschön und herzlich willkommen meine lieben damen und herren hierzu wwe superkarte auf meinem youtube kanal meine lieben freunde und ich würde sagen es geht mal wieder einiges ab hier leckt mich doch fetter marsch denn oh yeah ring nomination stand mal wieder an und holy shit meine damen und herren ich hab's geschafft mir die ultimative karte zu holen die erste ultimative karte in wwe superkarte für mich und das freut mich wirklich sehr so ich habe es geschafft hier mit diesem deck jetzt ist natürlich die ultimative karte hier schon drin ist ganz klar ich habe es geschafft durch den rich swan verstärkt pro der hat mir das möglich gemacht dass ich am ende auf elite überhaupt gesprungen bin im rd deck und dadurch halt um die ultimative karte antreten durfte die eine karte gab es ja jetzt im team event in dem ersten team event halt habe ich ja auch ein video zugemacht so die zweite karte habe ich mir dann in money in the bank cash denn die war ganz wichtig halt für mich um hier auf elite zu kommen und wie gesagt dadurch habe ich jetzt halt hier heves later mit einem bild aus season 1 solltet vielleicht der ein oder andere irgendwie schon mal gesehen haben und ja meine erste ultimative karte sehr sehr nice auf jeden fall elite karte war a truth gewesen hier auch nochmal mit einem bild glaube ich aus season 1 und verstärkt war weiß ich schon gar nicht mal mehr achja apollo cruise hier ist es ja auch zu sehen also sehr sehr geil was dadurch passiert ist ist jetzt folgendes und da kommen wir dann zum nächsten dingen leckt mir die butze ich bin in die lite aufgestiegen so ich habe im ranked und wild modus und wo auch immer alles jetzt endlich den elite status erreicht alles dank diesem deck was ihr hier seht und ich würde sagen wenn ihr bock habt ich habe bock ich hole mir jetzt mein elite premium meine lieben freunde und mit ganz viel glück aber mit ganz viel glück dass noch nicht so viele karten sind zeige ich euch das einmal ich zeige euch welche elite karten ich bisher habe also generell das sind hier meine besten karten heves later der verstärkt pro baron korman verstärkt pro rich swan und hier kommen jetzt meine vier elite karten the miss austin aries luke harper und artov danach kommt dann hier auch der event chris jericho pro sommer slam also eine von den karten wäre jetzt natürlich ziemlich sexy muss man ganz klar sagen brauche ich glaube ich auch nicht wirklich erwähnen soll deswegen wünscht mir glück wir machen jetzt einfach hier live einen bestensten modus spiel und ja gucken mal hoffen dass wir gleich dann den reset bekommen und ich bin mir gespannt und aufgeregt was werden wir bekommen hier gegen lukas geht's ab lukas digga lass uns beginnen ja das erste match mit meiner ultimativ karte by the way jetzt auch und ja ich würde sagen ab geht der peter ihr könnt auf jeden fall generell schon mal in die kommentare reinschreiben wie es bei euch jetzt so gelaufen ist in der ring domination was konntet ihr euch holen was habt ihr euch gewollt und ja mitbekommen habe ich dass es auch hier wieder wohl einige bugs angeblich gegeben haben soll irgendwie so ja es gab auch wieder einige leute die irgendwie gut gezogen haben ich ziehe irgendwie gar nichts mehr ich habe das gefühl ich krieg einfach nirgendwo irgendwas aber nun gut scheiß was drauf hauptsache ich kriege jetzt mein elite freebie dann bin ich schon happy so ich will den jetzt auch haben in der rd habe ich die nicht bekommen obwohl ich weiß dass es leute gibt die in der rd schon freebies bekommen aber es hat sich wohl jetzt angeblich geändert jetzt wollen wir mal gucken fünf karten haben wir und ich bin so aufgeregt bitte elite freebie lass es eine diva sein oder das oh das dauert länger okay 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 wir müssen noch ein spiel machen konnte man ja nicht wissen das ist sowas als komm ein spiel geht noch leute kommt wünscht mir was gutes so ich meine wenn ihr mir das wünscht wenn ihr das seht dann ist es eh schon zu spät weil ich ja dann schon alles bekommen habe aber ist egal ihr wisst was ich meine ich habe so bock drauf kommt bitte wie episch wäre das jetzt so eine elite die war irgendwie zu ziehen dann noch am besten eine die mit asuka und wie perfekt klar kommt so ein pfeil nach oben wäre geil aber ich würde jetzt einfach alles nehmen oder natürlich das wäre ultra fett eine elite karte die sprung könnte so von den vier karten die ich habe aber die wahrscheinlichkeit hier ist natürlich wahrscheinlich die aller geringste von allen kann man ganz klar so annehmen und jetzt hier hieß later direkt mit sim smash it und oh gott leute wie gesagt ihr könnt ja mal reinschreiben auch generell welche freebies oder so ihr in der letzten zeit selber irgendwie bekommen habt so halt wenn ihr auf irgendwelche stufen gestiegen habt generell könnte man einfach so ein bisschen eure meinung so reinhauen so wie ihr jetzt so nach den ersten auch team event oder nach dem ersten team event und den ersten single events jetzt so generell so euer stimmungsbild ist hierzu ja wwe supercard halt eben würde mich auf jeden fall interessieren weil man kriegt schon mit dass es einige leute gibt die da schon ein bisschen kritischer inzwischen das ganze sehen und ich muss sagen dass viele punkte ja ich auch wirklich nachvollziehen kann jetzt müssen wir hier wirklich unser dritte spiel machen um unseren scheiß reset zu bekommen unser freebie aber egal nehmen wir mit machen wir wir können ja derweil auch ein bisschen noch quatschen halt eben ja ich habe by the way mitbekommen durch ein meiner mods auf twitch sunny sun der hier an der stelle auch noch mal ganz lieb gegrüßt ist wenn ich mich recht erinnere die hiebs later ultimativ karte hätte ich nicht gedacht ist sogar irgendwie wohl von was weiß ich 50 40 karten oder wie viel auch immer ich habe nicht ganz genau mitbekommen wohl so die 25 stärkste karte so also gar nicht mal so schlecht und sogar wenn ich mich recht erinnere ist die karte so stark oder genauso stark oder sogar stärker oder irgendwie sowas in der art ihr werdet es wahrscheinlich besser wissen oder genauer wissen jetzt als ich wie bray wyatt so müsst ihr euch mal reinziehen hier heeve slater ey die one man band ist genauso gleich gewertet wie bray wyatt der eater of the worlds aber weißt du bescheid würde ich sagen also drittes spiel gewonnen besser ist so soll es sein und jetzt will ich hier aber mal ein freebie klingeln sehen jetzt kann er jetzt wohl nicht mehr verärsbar sein ja komm da ist er ne da na komm jetzt ist aber auch mal gut oh oh ey lol ok das heißt jetzt müssen wir einen wild modus spielen also wollen die mich jetzt hier echt total fertig machen alter ist das verärsbar jetzt leute na gut aber dann wird halt die spannung jetzt so ein bisschen auf die spitze getrieben ähm dann pushen wir jetzt hier mal schnell durch ich finde übrigens cool wie diese karten hier die elite karten im pro modus aussehen die raw karten wie das da brennt und alles das sieht sehr sehr nice aus fällt mir sehr gut so generell auch das design von den karten gefällt mir sehr nice so und jetzt holen wir uns hier den sieg sehr gut besser ist und jetzt kommen lass mich endlich mein freebie haben verdammte scheiße ich will meine elite freebie wo ist denn das hier cat daddy jetzt push dich doch mal ist es denn jetzt hier echt ernte time so komm eine ein pick habe ich nur habe ich verloren ich dachte ich habe gewonnen jetzt bin ich auch noch verwirrt was ist denn nicht aber egal wir haben ja noch die geduld das bord ist ja jetzt eh fast der gepickt also will ich mal hoffen dass wir es jetzt irgendwie schaffen natürlich ist mein heev slater hier noch nicht geplay levelt oder so das ist nur generell zur anmerkung jetzt müsste es eins einstehen und jetzt müssten wir uns eigentlich hoffentlich hier den sieg holen ne und genau jetzt kommt da so eine karte aber ok scheiß was drauf ich will doch nur den freebie verdammt by the way kann ich auch an der stelle schon mal generell noch mal ein bisschen promo machen jetzt vielleicht ne lol für mein wwe community was projekt ich werde auch das video noch mal am ende diesen videos hier ja anhängen sage ich mal und jeden freitag wisst ihr ja vielleicht schon ist auf twitch mein community was projekt am laufen das ist ein wwe universe modus quasi halt wo die zuschauer quasi wrestler verkörpern die sie in einer auktion mit ihren jackpoints das ist meine stream lehrung quasi digital ja ersteigert haben und jetzt am freitag dem 23 dezember werden wir die slammy awards im community verse vergeben es wird ein special stream werden und dazu auch die letzte raw und smackdown ausgabe fordern unserem zweiten pay per view in der dritten staffel das ist ein projekt was vor anderthalb jahren durch mich erfunden wurde ja und auch das erste ja projekt ist quasi diese art auf twitch von mir halt eben also vor anderthalb jahren wie gesagt so halt eben ja das original gibt es quasi nur bei mir wenn wir das so sagen wollen so und auf jeden fall am 30 dezember haben wir dann tlc den zweiten pay per view in unserem community verse und da kann ich euch alle nur herzlich einladen euch das zu geben und ich glaube da gibt's jetzt nikki beller der besser ist leck mir die mutze lecke sie mir leck mir die mutze fett nikki beller der besser ist meine lieben freunde elite freebie nikki beller oh gott leute und ich weiß jetzt schon ein mitglied aus team roundtun einer meiner ja quasi treuesten zuschauer auf twitch seit knapp zwei jahren jetzt genau um playhard erfahren schöne grüße gehen nach wien der wird mich dafür killen wollen dass ich hier nikki beller auf elite ziehen da leck mich fett ist sehr sehr geil wird wahrscheinlich so mit die beste elite women's karte sein ich weiß nicht genau vielleicht könnt ihr es in den chat in die kommentare schreiben so keine ahnung wie gut die karte ist aber sie wird schon nicht schlecht sein so deswegen hammer geil besser hätte es nicht kommen können mit dem fall leider verbindet sich das jetzt nicht so gut mit asuka und so ist aber egal ich will das jetzt meckern auf hohem niveau hammer besser ist leute dankeschön vielen vielen dank ja dann würde ich sagen haben wir das thema doch mal dann geklärt und ja dann bin ich jetzt mal raus ausgabe ging jetzt ein bisschen länger jedes video als geplant aber dafür hat sich auch echt gelohnt also der spannungsbogen wurde perfekt aufgebaut damit will ich an der stelle raus sein also ich würde mich freuen wenn ihr mal in die live streams auf twitch reinschaut jeden montag abend ab 20 45 live auf meinem twitch kanal wwe supercard wo wir wrestling talk haben und über die wrestling welt sprechen also nicht nur wwe sondern auch new japan pro wrestling ring of honor pwg und 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 ja ja jeden freitag abend 20 uhr wwe community verse in wwe 2k 17 ein einzigartiges innovatives projekt hier von mir erfunden quasi auf twitter halt eben durch meine community auch auf twitter und generell extrem ausgelebt so was habt ihr noch nicht erlebt wenn ihr es noch nicht erlebt habt also wirklich jetzt mal das ist ja einfach nur fersbar so und ja auch generell zwischendrin stream ich immer wieder auch meistens mittwoch noch und so weiter und so fort deswegen checkt einfach mal twitter die links findet ihr alle in der beschreibung auch zu facebook und twitter wenn ihr wissen wollt wann ich stream wann ich videos raushaue oder 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 einfach mal die links abchecken und meinen like follow oder wie auch immer da lassen so lasst doch gerne hier einen daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat oder ein abo auf youtube wenn noch nicht geschehen würde mich wirklich sehr sehr freuen ansonsten würde ich einfach schon mal sagen generell eine schöne weihnachtszeit an euch alle lasst es euch gut gehen mit euren liebsten und ja habt schöne feiertage einfach so ja es wird sicherlich noch ein super card video kommen von mir in der woche aber trotzdem schon mal einfach frohe weihnachten und ein frohes neues jahr macht's gut mein lieben und vielen vielen dank